Ach Mensch, ihr sitzt hier so gelangweilt rum. Macht doch mal was zusammen. Junge, nicht dein Ernst, oder? Ey, wie wärs mit Pino? Läuft doch eh nur Scheiße. Hast recht. Komm mal mit, ich hab ne Idee. Hey, wie wärs damit? Ja, warte mal. Warte mal. Sind wir mal? ynen Entschuldigung! Um,, jetzt bin ich los. Zwier mit Pino Coole Ballwechsel, wir suchen noch zwei Spieler. Habt ihr Lust? Ja, auf jeden Fall, gerne.